Willkommen zurück zu Neo Scavenger. Ich bin Mr. Cutterfee, euer Let's Play Nes Kaninchen und wir hatten beim letzten Mal hier aufgehört, da wir diesen Dokumentkorps hatten und ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, sich daraus einen Umhang zu basteln aus seinem Fell. Dafür muss man sein Fell bekommen. Leider kann ich das nicht, denn dafür braucht man Trapping. Nun ja, da wir das nicht können, machen wir das Übliche, was wir immer machen, wenn wir Fleisch haben. Wir braten das Fleisch und machen uns etwas Essen damit. So, ist schade, dass das nicht anders geht, aber gut. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht, ne? Kann man nichts tun. So, haben wir das soweit durch. Wasser ist auch noch alles steril, wenn ich das sehe. Sehr schön. Ach, hier ist noch mehr Fleisch. Gott, haben wir viel Fleisch dabei. Können wir uns doch gleich mal noch ein Stück davon in den Kopf hauen. Uns geht's so gut gerade, nur wir sind noch ein bisschen kränklich, aber nur noch ein bisschen. Geht noch, geht noch. Ah, da ist noch eine Verletzung. Dann... Tja, machen wir. Wir können jetzt den nicht noch verarbeiten. Das geht ja nicht. Also bringt uns ja nichts, den jetzt noch zu verarbeiten. Wir kriegen sein Fell nicht raus. Ohne Trapping. Wir kriegen nur das normale Small Chunk of Fur. Was natürlich schön ist und so, aber ich hätte gerne die Dock. Ähm... Man... Coat. Kann man denn mit dem Fell noch irgendwas Spannendes machen? Wir haben ja hier... Mit der Katunik. Haben wir die? Tragen wir nicht so was? Nicht stimmt, das tragen wir ja gar nicht. Ja, dann machen wir doch gleich mal das. Dann bauen wir uns doch eine Hightunik damit. Damit wir uns besser verstecken können. So. Und die Gloves. Was fehlt für einen Glove? Bestimmt noch mehr Fell, ne? Den... Ich... Ach, vermutlich. Okay. Na, aber ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt hier einen Handschuh und den da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, was haben wir hier? Unsere Pillen. Und unsere Munition. Gut, die Munition kann aber da bleiben. Die brauche ich gerade nicht. Wie kaputt bist du? 17%. Das hält nicht mehr so lange. So. Du kannst erst mal hier hin. So. Okay. Dann haben wir uns noch eins im Kopf. Und das fertige Fleisch nehmen wir mit. Was haben wir denn hier? Warte mal, was haben wir denn hier? Der Topf ist schlecht. Dich nehmen wir noch mit. Du bist giftig. Die Taschenlampe nehmen wir auch mal nochmal wieder mit. Und der Schuh... Oh, den brauchen wir nicht. Stimmt genau. Medium Sparker brauchen wir eigentlich, glaube ich, auch nicht. Aber ich nehme ihn erstmal noch mit. Schaden kann es nicht. Aber wir sind bürtend. Uh, wir sind bürtend. Und ich brauche auch den Speer. Den brauche ich aber eigentlich nicht. Ah, wir sind bürtend. Das ist nicht gut. Unsere hat noch 34. Der hat noch 32. Wir haben eine Taschenlampe dabei. Das muss ich auch wieder mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Ah. Ah, das ist nicht gut. Okay. Die ist leer. Die ist auch leer. Dann brauche ich die nicht. Das muss ich aber mitnehmen. Ähm. So. Wir haben viel zu viele rechte Schuhe. Lass mal an. Wir haben viel zu viele rechte Schuhe. Die brauchen wir alle gar nicht. Linke Schuhe. Nicht rechte. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter erkunden. Wir wollten ja die... nördliche... Oh Gott. Erstmal in Sicherheit gehen. die nördliche Grenze sehen. Schon wieder ein Dogman. Dadurch, dass wir... Dann falls ihr euch fragt, warum wir in letzter Zeit auf die viele Dogmans treffen. Das liegt, dass sie ein Dog-O-Gone oder Dog-B-Gone oder wie dieses heißt, was wir mit uns rumschleppen. Dislockt die an. So wie es scheint. Da habe ich das Gefühl jedenfalls. Hey. Der will uns definitiv... Okay. Fahr mal hin. Hö, 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 hö. Die halten halt richtig viel aus. So. Oh, wir haben eh keine Moves mehr. Noch einer. Alter, wir müssen dieses... Wir müssen dieses Dog-O-Gone loswerden. Das wird immer schlimmer gerade. Dog-B-Gone. Das wird nicht besser. Wir haben unentwegt diese Viecher an unserer Hacke. Und das ist halt auch nicht mehr schön irgendwann, wenn wir davon... Wenn das zu viele werden, möchte ich mir noch einen Handschuh herstellen. Genau. Einer reicht. So. Okay. Wir sind tired schon wieder. Na gut, auch von dem Kampf, ne? Wir haben hier Wasser und steriles Wasser. Aber noch die nehmen wir mit. Und das nehmen wir mal mit. Einfach damit wir es haben. Haben wir hiervon noch welche? Weiß ich gerade gar nicht. Aber sicherheitshalber packen wir sie mal mit ein. Viel des unseres Gewichts liegt jetzt aber auch am Fleisch, das wir halt mit uns rumschleppen. Da haben wir ja ganz schön viel Essen. Uh, guck mal. Ne, ich hätte es eigentlich essen wollen, aber okay. Hier haben wir noch... Aber die brauchen wir nicht. Das, wir nehmen einen 20er-Stack mit. Dich nehmen wir mit und dich nehmen wir mit. Noch mehr Schuhe. Das brauchen wir nicht. Ne, 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 brauchen wir nicht. Wir haben mehr als genug von allem. Okay. Tanzt da schön rum. Na? Na? Das geht. Jetzt kann ich mich nicht bewegen gucken. Na ja, egal. Ich dachte, da würde jetzt irgendwas passieren. Aber war nicht so. Ganz viele Bären nehmen wir mal mit. Das sagt eigentlich unser Essen gerade. Das sieht noch gut aus. Das sieht noch gut aus. Aber ich bin schon lange schon ziemlich fertig. Ich würde auch sagen, wir dackeln mal in dieses Shack hier an der Seite wieder. Da ist auch noch eine Stadt. Und dann bauen wir uns hier auf jeden Fall zum Beispiel mal einen neuen Speer. Unsere ist ja schon fast ge... Na, geht noch. Na, geht noch. Das wollte ich gar nicht. Hier hin. So. Das ist gewinnt. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. So. Was haben wir? Noch eine Falle mit 7,1 Asche und... Tja. Den würde ich gerne mitnehmen. Dann können wir uns daraus nämlich eine... Unterkunft basteln. Ich weiß nicht, ob wir ein oder zwei davon bräuchten. Für so eine Unterkunft, für so einen Schalter. Das weiß ich gerade nicht. Okay. Wir plündern erst mal weiter und dann gucken wir danach, was wir da so Schönes haben. Ah ja, das ist sehr, sehr schön. Können wir gucken, ob der besser ist. Das war wieder so ein Schlitten zum Ziehen. Dann gucken wir mal. Also wir haben hier diesen Schlitten ohne... Räder. Unsere hat auch keine Räder und ist nur noch auf 25%. 20%. Dann kommt der weg. Und wir nehmen den. So. Dann müssen wir alles einpacken, was wir dabei haben wollen. Der Storage Container. Das Wasser. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da weiß ich... Dich nehmen wir auch mit. Anstelle von dem. Den nehmen wir mit. Dann haben wir wieder 5. Was ist hier eigentlich kaputt? Lass mal ganz kurz gucken, was hier eigentlich kaputt ist. Ich hab zwar keine Züge mehr, aber gucken kann ich ja trotzdem. Das ist ja... Ach, ich kann den ganz gerne auseinandernehmen wieder? Ist ja blöd. Dann müsste ich wohl mal wieder in den Wald, um zu gucken, dass ich den ersetze langsam. Keine Lust, dass der mehr mitten im Kampf auseinanderbricht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das muss ich nicht haben. Oh, Fläsche. 4 Stück. Und die nehmen wir auch wieder mit. Ähm... Wir gehen kurz nur hier hin. Oder? Und... gonna... Und... Hä? Allergische Reaktion? Ah, dann hängen wir uns doch mal wieder was davor. Warum? Warum haben wir eine allergische Reaktion? Auf was denn? Oh geil, austauschen sofort. Oh Gott, wir haben viel zu viel von. Da sind die Bänden wieder. Das brauchen wir auch nicht. In Ordnung. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Wald. Und bauen uns dort ein Lager auf, wenn wir können. Jetzt haben wir hier nur einen normalen Wald. Schade. Wir können noch ein bisschen weiter laufen. Noch ist es Tag. Noch sind wir auch nicht zu fertig. In dem Wald kann er uns nicht so einfach sehen, dieser Hund. Er würde uns nicht so einfach finden, wenn wir hier durch den Wald dackeln. Camp Grailing. Aha. Okay. Dann wird das jetzt hier unser Lager. Wir machen hier mal uns das. Jetzt gucken wir mal. Kann ich aus dem schon etwas bauen? Reicht das schon? Warte mal, ich kann ja mal hier gucken. Ähm. D-d-d-d-Goth-Rifle. Campfire. Wo war das? D-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d. Deutlich besser ist. Was wollte ich gar nicht? Ich wollte hier hin. Dann kann man nämlich noch das und das nehmen. So. Seht doch mal, wie schön das ist. Warte. Ich nehme den Wald und nicht die Ebene. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Schalter hier. Ach, guck mal einer an. Gut. Dann würde ich sagen, wir essen erstmal was. Was ist unser Essen? Da. Äh, use. Nur ein kleines Stück. Ne, das ist nur service. Dann wird durstig dann. Ja, okay. So, steril. Wir sind in pain? Wieso sind wir in pain? Ach Gott, wir sind... Ach komm, das muss ich nicht verbinden. Da ist kein Mist zu. Und dann bauen wir uns mal einen neuen Speer hier. Der hat eine 100. Okay. Und jetzt... Gucken wir mal, ob wir auch einen haben, der 100 hat. Das wäre ja ganz schön. Glassplitter mit 100. Haben wir nicht. Der Höchste bist du. Wenn ich da jetzt noch dich dazu packe... Ich möchte keinen Scharpens. Wer möchte denn... Ach Gott, wie habe ich das denn gemacht? Wie war das denn? Schon so lange wieder her? Ja. Let-de-de-de-de. Mask-food. Weapon, da. Charpent. Broad. Ach so. Mit Millie. Naja, natürlich. Okay. So. Du kannst weg. Dich nehmen wir als Waffe. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein... Machen wir noch ein Feuer? Eigentlich brauchen wir kein Feuer. Wir können eigentlich so hier uns erstmal heiden. Tracks heiden. Und dann schlafen wir einfach mal ein bisschen. Genau. Okay. Wie sieht es denn mit dem Essen aus? Okay. Lieber das Essen verbrauchen, solange wir es haben. Ich habe ja nichts davon, wenn das alles vergeht hier. Okay. Ah, jetzt regnet es auch noch. Ich muss eh warten, bis es wieder hell ist. Oder wenigstens hell leer. Jetzt haben wir immer noch einen Move. Players, Wraps, Potatoes. Okay. Das ist aufeinander gefallen. Was wollte ich denn dafür jetzt nehmen? Ach so. Das, das. Das. Was ist das? Das ist doch nicht alles. Echt? Dann kann ich ja das... Das kann ich ja auch in die andere Tasche packen. Das muss ich ja nicht da hinpacken. Kann ich auch hier hinpacken. So. Kann ich die Fernkampfwaffe ja sogar in die Hand nehmen? Ein paar Schaus haben wir ja noch. Für den Fall der Fälle habe ich dann halt die Fernkampfwaffe dabei. Okay. Disposal Plastik Shopping Bag. Na toll. Gerade von gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich den nicht auch weggeben sollte hier. Weil der lockt halt in der Nacht die, ähm, die Viecher an. Allerdings ist es auch wieder eine verdammt gute Essens, äh, Versorgung. Na, wenn ihr mal schaut. Ich hau mir jetzt das Fleisch noch in den Kopf. Das füllt ja auch Trinken auf. Und das ist eh gleich kaputt. Äh, eins nehmen wir mal noch mit. So. Da ist er. Da ist er schon, unser Dogman. Okay, wir gehen aber hier lang. In die Stadt. Oh, wir sollten uns vielleicht wieder anhalten. Sonst frisst das zu viel Wegpunkte. Yay, Computer. Ne, Medical. Schon wieder? Warte mal, hä? Geil. Nein, ich habe vergessen, die, die Versorgung mitzunehmen. Ich muss nochmal zurück. Ähm. Ich habe die Falle und sowas nicht mitgenommen. Ah. Und ich würde auch gern das da wieder auseinanderbauen. Geht er das? Ja, geht es. Sehr gut, das machen wir dann nämlich auch gleich mal noch. Zwei! Ich habe doch ein Ei am Wandern. Ihr habt doch ein Ei am Wandern, meine Freunde. Ich meine, gut, so habe ich wieder Essen. Aber, das im Sinne des Erfinders ist. So, das nehmen wir auseinander. Und dich nehmen wir auseinander. Dann nehmen wir das alles wieder mit. Ne, das will ich gar nicht mitnehmen. Das Fleisch. Das Fleisch. Ich mache mir hier ein Lager und nehme das Fleisch wieder mit. Ähm. Kurzes Feuer machen. Dann müssen eh gleich alle. Und dann nehmen wir dich. Und dann nehmen wir dich. Und das Fleisch. Das Wasser ist noch steril. Ach Gott. Genau das wollte ich nicht. Ich habe mich verklickt. Mist. Es frisst die Zeit. Das Wasser ist jetzt alles noch steril. Ja. So. Okay. Dann. Den werfen wir uns ein. Kleinen irgendwo auf jeden Fall mit. Die wiegen ja nicht so viel. Die Großen passen nicht mehr, ne? Doch, die passen noch. Einer passt dann noch hinten, genau. Die Kleinen würde ich gerne mitnehmen. Hau mir denn die Großen primär in den Kopf. Bis die erstmal wegkommen. So. Alles Essen essen. Wir müssen nichts hier lassen. Und in die Stadt. So. Okay. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Und beim nächsten Mal kommen wir dann vielleicht schon nach Camp Grayling. Und dann gucken wir mal, was das ist. Ob das vielleicht das ist, wo wir hin müssen, um den Auftrag für Somsoms zu erfüllen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.